Ich freue mich ganz sehr, dass ich hier sein kann auf den Tagen der Raumfahrt und dass ich auch hier sein kann im Zusammenhang mit dem Forschungsnetzwerk Extraterrestrische Intelligenz. Und wir haben uns ja in dem Forschungsnetzwerk vorgenommen, dass wir aus unterschiedlichen disziplinären Perspektiven einen Blick auf die Außerirdischen werfen wollen. Und nun bin ich mal in den letzten zweieinhalb Jahrzehnten vom Science-Fiction-Autor und Systemanalytiker zum Zukunftsforscher geworden. Und insofern versuche ich herauszuholen, was denn man aus der Sicht der Zukunftsforschung über außerirdische Intelligenzen sagen kann. Und nun habe ich allerdings jetzt nach dem schönen Vortrag von Herrn Schimmig, habe ich ja fast den Eindruck, dass ich das nicht nennen sollte extraterrestrische Intelligenz aus der Perspektive der Zukunftsforschung, sondern extraterrestrische Exzentriker aus der Perspektive der Zukunftsforschung. Jedenfalls versuche ich das auch ja so ein bisschen in dieser erweiterten Perspektive zu sehen. Anfangen möchte ich aber wie immer als Zukunftsforscher mit einem kleinen Rückblick und das wäre hier in dem Fall ein Rückblick auf den Mars, denn der Mars wurde ja vor, sagen wir, 120, 130 Jahren dann als ein möglicher bewohnter Planet angesehen. Denn heute erforschen wir allenfalls noch, ob es dort Biomoleküle gibt. Und insofern hat sich dann auch die Fantasie, die Außerirdische betrifft, auf den Mars gerichtet. Interessanterweise hat sich Herbert George Wells, der englische Science-Fiction-Autor, sehr frühzeitig damit befasst und er hat vor allen Dingen auch darüber nachgedacht, wohin könnte denn die Evolution der Menschen weitergehen. Und eines seiner ersten spekulativen Werke, was man schon fast in Zukunftsforschung einordnen kann, das war über den Mensch im Jahr eine Million, das hat er 1885 veröffentlicht und darin schildert er die Nachfahren von uns als sozusagen irdische Cherubim, nennt er das, als große hüpfende Köpfe, die mit Tentakeln sich fortbewegen, die alles sozusagen, was am Menschen, an das Tier noch erinnert, abgestreift haben, die also auch keinen Magen mehr brauchen, eigentlich keinen Körper mehr brauchen, sich durch die Haut ernähren und eben dann zu einem Festmahl in ein Nährbad hineinspringen. So, interessanterweise hat er wenige Jahre später in seinem Buch Der Krieg der Welten die Martianer ganz ähnlich geschildert, nämlich als große Tentakel bewährte Köpfe, die dann über die Menschheit herfallen und die sozusagen auch ein Endprodukt von Evolution herstellen. Also könnte es sein, dass wir sozusagen, wenn ich als Zukunftsforscher über die ferne Zukunft des Menschen nachdenke, dass ich dann vielleicht gleich die Außerirdischen nehmen sollte, die unsere ferne Zukunft in irgendeiner Art und Weise verkörpern. Das war für mich so ein Ansatzpunkt. Ein anderer Ansatzpunkt, den kann man auch wieder schön am Massfest machen. Auch wieder Ende des 19. Jahrhunderts hat man ja die Masskanäle angeblich entdeckt, und andere haben auf dem Mass gerade Linien beobachtet mit den damals modernsten Teleskopen. Sie haben also auf dem Mass Zeugnisse intelligenter Wesen entdeckt und ein Jahrhundert später, ziemlich genau, hat man dann wieder geglaubt, auf dem Mass Zeugnisse intelligenter Wesen zu sehen, als nämlich Viking 1 um den Mass herum geflogen ist und da Unmengen von Bildern geschossen hat, haben dann einige Amateurforscher gesagt, wow, das sieht ja aus wie ein Gesicht, da haben wir ein Massgesicht, haben da die Martianer so etwas wie eine riesige Gesichtsskulptur in die Masslandschaft gesetzt, was wollen sie uns damit sagen? In beiden Fällen hat sich das später bei genauerer Betrachtung, als die Auflösung besser geworden, die Teleskope besser geworden ist, als man nochmal bei einer anderen Belichtung dieselbe Region auf dem Mars fotografiert hat, herausgestellt, ja, das gibt es beides nicht, es gibt weder die Masskanäle noch ein Gesicht auf dem Mars, das haben wir hineingesehen. Und deshalb ist für mich die Frage, was sehen wir in die Außerirdischen hinein? Also mit welchen Vorstellungen arbeiten wir hier und wie stark wird das, was wir uns unter den Außerirdischen vorstellen, eben von Bildern, die wir schon haben, geprägt. Und ganz ähnlich mit der Kommunikation. Ein ausgezeichneter französischer Populärastronom, Camille Flammarion, der viele wunderschöne Bücher publiziert hat, eine Sternwarte geleitet hat, Science Fiction geschrieben hat, der hat in dem Halb-Sachbuch, Halb-Roman, das Ende der Welt, La Fondimente 1894, hat er geschildert, wie die Martianer den Erdmenschen eine Lichtbotschaft zu senden. Sie warnen sie, Vorsicht ihr auf der Erde, da kommt ein Komet, der stößt mit eurem Planeten zusammen und der macht Rom platt. So, das war die Aussage gewesen und Flammarion hat dann eben versucht darzustellen, wie die Massmenschen ihre Botschaft an die Erdmenschen formulieren. Und da hat er eben Komet, warst auf die Erde zu und wird schrecklich, Feuer, Blitze und so weiter und trifft genauer auf Rom. Das war natürlich Flammarion, der hat sich immer so etwas gegen die Katholiken, gegen den Papismus geäußert und hat Liebe an ein Gespenster und Leben der Seelen nach dem Tod als an Religion geglaubt und insofern hat das eine bestimmte Botschaft schon. Nun ist mir aufgefallen, wir haben nun bislang keine solche Botschaft von Massmenschen oder jemand anderen empfangen, aber wir selbst haben ja versucht, wir Menschen, Botschaften an Außerirdische zu schicken, beispielsweise Plaketten, die an den Pioniersonden 10 und 11 befestigt waren und wo man versucht hat, also Carl Secken und andere, die haben das ja gemacht, die da eben versucht haben, eine Botschaft zu übermitteln, einerseits die Position unseres Planetensystems anzugeben, indem man Entfernung zu einer Anpulsaren und so weiter angibt, dann unser Planetensystem und die Sonde selbst, die Pioniersonden, die als kleines Abbild sind und dann Hallo hier, wir Menschen, wir grüßen euch und natürlich gab es dann auch so wieder einen Streit um die Geschlechtsorgane, ob man die den Außerirdischen zeigen soll oder nicht zeigen soll, da sind ja Amerikaner oft sehr heikel, also öffentlich. Aber was natürlich Ihnen vielleicht auffällt hier, dass auch in diesen beiden Dingen viel von uns Menschen drinsteckt, ich meine nicht nur, dass wir annehmen, die Außerirdischen können wir, wir sehen, die sind es gewohnt, mit zweidimensionalen Darstellungen oder sogar Landkarten umzugehen, was ja ganz was Anspruchsvolles ist, nein, dass sich hier solche urtümlichen Zeichen wie Pfeile wiederfinden. Wieso nehmen Flammarion und Carl Seggen an, dass ein Außerirdischer versteht, was ein Pfeil ist, der kommt aus unserer Vergangenheit als Jäger und Sammler. Also hier stecken Dinge drin, die man auf den ersten Blick überhaupt nicht bemerkt, weil sie für uns so ganz natürlich sind. Also Kommunikation mit Außerirdischen ist insofern was sehr, sehr Anspruchsvolles und vielleicht kann man das gar nicht mit solchen Bildern machen und da gibt es natürlich viele Anstrengungen, wie man das anders machen kann. Ein Mathematiker, der hat versucht, eine universelle Sprache, Linkos, also Sprache für kosmische Verständigung, zu entwickeln, die aufgebaut ist in einer ganz systematischen Weise, wo aus sehr einfachen Signalen oder Symbolen dann immer komplexere abgeleitet werden, wo also der Begriff der Zahl eingeführt wird, dann wird der Begriff der Gleichheit eingeführt und so weiter und er baut das nun systematisch, hierarchisch auf, bis hin zu Begriffen wie wahr und falsch und vielleicht sogar gut und so weiter. Es wurde sogar erstmals ausgesendet, ja, setzt natürlich wieder voraus, dass Außerirdische so ein Verständnis von Logik haben und Logik und Mathematik in Zusammenhang bringen und es vielleicht von uns verwenden. Na gut, könnte ja stimmen. Vielleicht ist das ja der Punkt, sozusagen über den man nicht hinausgehen kann. Ja, das nächste ist dann, dass ich geschaut habe, ja, wo gibt es denn weiter Berührungspunkte und da bin ich natürlich auf Stanislaw Lem getroffen. Stanislaw Lem hat ja wundervolle Romane geschrieben, aber er hat auch, ja, Sachbücher geschrieben, eins davon ist Fantastik und Futurologie, also wo er Science Fiction und Zukunftsforschung zusammenbringen wollte und natürlich tüchtig auf die Zukunftsforschung geschimpft hat und tüchtig auf die Science Fiction Autoren geschimpft hat, denen es beiden an Fantasie fehlt und die immer nur Flischees wieder und sich in Widersprüche verwickelt, hat er ja völlig recht. Aber ein anderer Punkt da drin ist mir aufgefallen, also beim ersten Lesen schon, wo er gesagt hat, ja, die Futurologie, die Zukunftsforschung, hat einen heimlichen Verbündeten in dem Programm C, die Kommunikation mit außerirdischer Intelligenz. C, die ist ja praktisch eine Futurologie vom anderen Ende der Zeitskala, wo muss ich jetzt bei Ihnen rechts, links, das ist ja auch in Kulturen unterschiedlich, also sozusagen von der Zukunft zur Gegenwart her, von der fernen Zukunft zur Gegenwart her geguckt. Denn das, was astronomisch beobachtbar wäre an Außerirdischen, das muss uns ja unendlich voraus sein, muss also in unserer fernen Zukunft sein, insofern für uns am anderen Ende der Zeitskala sich bereits befinden und insofern, wenn wir was sehen, haben wir dann gleich einen Hinweis, was mal aus uns werden könnte oder was wir uns über die Außerirdischen überlegen könnte, vielleicht auf uns mal zutreffen. Das war geschrieben schon, ich glaube, die ersten Sachen gehen da auf die 60er Jahre bei LEM sogar zurück und die 60er Jahre waren ja so eine Hochzeit gewesen, wo man begonnen hat, überhaupt Kommunikation mit Außerirdischen betreiben zu wollen. Also das Begriff wurde damals geprägt, es gab die ersten Konferenzen darüber und ja, Stanislav LEM hat selbst in Summa Technologie in den 60er Jahren darüber geschrieben, wie sich die Technik der Menschheit oder eben auch einer Außerirdischenheit weiterentwickeln könnte und dahinter stand die Vorstellung damals, dass man irgendwann zu einer Technologie kommt, die unsere heutigen Fähigkeiten bei Weitem überschreitet. Es wird ja immer so gesagt, ja, wir haben erst ein paar Jahrhunderte Fortschritt und stellt euch vor, in 10.000 Jahren Fortschritt, was dann erreicht sein kann. Da versagt die Vorstellungskraft. Und ich als Zukunftsforscher habe schon Mühe, mir so die nächsten 15, 20, 50 Jahre vorzustellen, je nach Themenbereich und einige Astronomen gerade, die haben dann versucht, das ein bisschen zu systematisieren. Kardashev ist einer, also ein Russe, der da gesagt hat, ja, also so die normalen Zivilisationen, die Außerirdischen, die benutzen die Energieressourcen ihres eigenen Heimatplaneten, wir sind da bei ungefähr Kardashev Typ 0,7, wenn man das so nimmt, dann Typ 2, also das ist eine logarithmische Skala, benutzen die Energieressourcen ihres Zentralsternstyp 3, die Energieressourcen der gesamten Galaxis. Spätestens dann müsste man die natürlich bemerken, also allein sagen wir, durch ihre entropische Verschmutzung, die die da überall unterbringen, also wir haben, so viel Energie hat man entsprechenden Abfall, als würden die außerirdischen Kernkraftwerke da im All schon irgendwo sehen müssen, also man könnte kosmische Wunder erwarten, wenn die denn so potente außerirdische Zivilisationen sind. Das kann man sogar noch ein bisschen weiter treiben und das habe ich jetzt gerade in der russischen Science-Fiction-Zeitschrift Jessli gereden, die genau zu unserem Thema war, das Resum, wo es Heleneu, also der Verstand, die Vernunft im Universum und der Astronaut, Astrophysiker und Science-Fiction-Autor Pavel Amnuel, der hat da sozusagen über die Einsamkeit im Weltraum geschrieben und er hat da drin auch nochmal versucht, wie man Zivilisationen nun nicht bloß nach ihrem Energieverbrauch, ist das heute noch im postindustriellen Zeitalter der richtige Maßstab, sicher nein, sondern wie man Zivilisationen nach ihrem Erkenntnisfortschritt einordnen kann und da sagt er, also Typ 1 haben wir zum Glück überwunden, das ist so Anthropozentrismus, was da so noch im Christentum, Mittelalter und so weiter, Erde ist, Zentrum der Welt und viel anderes gibt es nicht und dann kommt mit Kopernikus Nummer 2, Typ 2, man sagt, ja, unsere Sonne ist das Zentrum des Universums und dann kommen wir, heute sind wir dabei, dass wir sagen, ja, es gibt ein ganzes, riesiges Universum, aber es kann ja weitergehen in der Astrophysik, wir spekulieren jetzt über Multiversen, wäre vielleicht dann der nächste Typus von Zivilisationen und man muss sagen, der denkt hier wie Lem, Lem würde genauso schreiben, da kann man vielleicht Kontakt mit anderen Universen in unserem Universum herstellen, solange dort noch dieselben physikalischen Gesetze sind oder mit welchen dem eine andere Physik geht oder man kann vielleicht selbst solche Multiversen schaffen, dann hätte man den höchsten Typ erreicht, also im gewissen Sinn wäre man Gott gleich, Homo-Kreator oder wie wir das dann nennen können. Gut, ist ein bisschen übertrieben, aber immerhin, es zeigt uns, es wird auch noch weiter gedacht auf der Strecke des Stufenbaus möglicher Zivilisationen und es ist sicherlich richtig, dass man das an Erkenntnis festmacht und nicht nur an Energie. Ja, aber wo stecken die denn überhaupt? Über diese Frage habe ich, ich glaube, vor zwei, drei, vier Jahren hier schon mal vorgetragen, insofern fasse ich mich kurz, Enrico Fermi, einer, der mit dem ersten Kernreaktor zum Brennen gebracht hat, einen experimentellen, also Italiener, USA, ausgewandert, der dann auch mit in Los Alamos saß, wo die Atombombe entwickelt wurde, der hat dann mal an einem, in der Kantine, als sie sich da gerade drüber unterhalten haben, ob die Außerirdischen vielleicht schneller als Licht da von Stern zu Stern fliegen können und solche Sachen, da hat er gesagt, der verteufelt, wo stecken die denn überhaupt? Wer ist everybody? Wenn wir denn annehmen, die sind so weit fortgeschritten, weshalb wimmelt das Universum nicht von Außerirdischen? Das ist ein bisschen wie das Olberscher Paradox in der alten Astronomie, wo man sagt, wenn es überall im Himmel Sterne gibt, wieso ist dann der Nachthimmel nicht taghell? Weil wir in jede Richtung, in die wir gucken, müsste eigentlich unser Blickstrahl auf einen Stern stoßen. Genauso in jede Richtung, in die wir schauen, müsste unser Blickstrahl auf Außerirdische, diese mächtigen, tollen, Superzivilisationen stoßen. Ja, wo ist jeder? Da kann man sich natürlich überlegen oder erstmal versuchen, das zu systematisieren. Wenn man davon ausgeht, dass Leben und Intelligenz im Universum nicht extrem unwahrscheinlich ist, also dass der Mensch nicht exzentrisch in dem Sinne ist, dass er einmalig im Weltall entstanden ist. wenn sich also vernunftbegabte Wesen sozusagen immer, wenn die Voraussetzungen gegeben sind und wir haben ja ungeheuer viele Planeten inzwischen entdeckt, also es sieht da ganz gut damit aus, ja, und sie sich dort dann immer höher entwickeln und irgendwann, was weiß ich, Feuer oder was ähnliches empfinden, wissenschaftlich-technische Zivilisation aufbauen, also zu exzentrischen Wesen im Sinne von Kultur, Technik, Bewusstsein, Rationalität und so weiter und sich dann immer höher entwickeln, so wie wir es von der Menschheit her kennen, wenn es also so eine kosmische Evolution vom Urknall hin zum Homo sapiens gibt, ja, wieso zum Teufel, wir sehen die nirgendwo und das ist der Widerspruch, also da stecken in diesen drei Thesen ein Widerspruch, insofern können wir schlussfolgern, was sagt uns das Schweigen des Kosmos, dass wir eben keine kosmischen Wunder sehen über die Zukunft des Menschen und nun kann man die Thesen zerschießen und kann sagen, also erstens kann ja sein, das Leben extrem, extrem, extrem selten und noch seltener ist, also dass wir zwar ab und zu mal hier ein paar Biomoleküle auf Planeten, Kometen und so weiter feststellen, aber sich nie richtig Lebewesen und seien es auch nur die primitivsten Bakterien entwickeln. Da gibt es welche, die vertreten diese Hypothese, die heißt dann die Rare Earth Hypothese, wäre eine Möglichkeit oder man sagt, ja gut, Leben entwickelt sich, vielleicht sogar Intelligenz, überall poppt mal so eine kleine intelligente Zivilisation auf, aber das Weltall ist ein verdammt ungemütlicher Ort, also was haben wir da nicht alles, wir haben Supernova Explosionen, wir haben Gamma Ray Bursts, wir haben jede Menge kosmischer Katastrophen, Galaxien durchdringen einander und da ist ein Heckmeck Hauen und Stechen zwischen den Planetensystemen, dann selbst die Planetensysteme sind instabil, wir brauchen bloß unser eigenes System ein paar hundert Millionen Jahre vorauszurechnen, auch hier wird es dann ungemütlich und die Planeten verlassen die schöne Tychoparische Reihe oder in zwei Milliarden Jahren, dann ist die Sonne am Ende ihres Lebenszyklus puff, also dehnt sich aus, wird zu einem roten Riesenstern und fast die Erdbahn, also überall wird Leben systematisch immer wieder vernichtet, das ganze Weltall ist ein unendlicher Friedhof von ehemals existierenden intelligenten Wesen und Zivilisationen. So, das wäre eine Möglichkeit, die man auch mit der dritten noch kombinieren kann, ja gut, vielleicht sind die, bevor sie richtig intelligent wurden, ausgelöscht oder die haben gesagt, ach, wir machen nachhaltige Entwicklung, wir bleiben schön auf unserem Planeten, nutzen dessen Ressourcen, machen nur noch Kreislaufwirtschaft und richten uns hier schön gemütlich menschlich ein, ja gut, da haben wir dann ein paar Millionen Jahre, da können wir hier gut auf der Erde oder auf unserem anderen Planeten leben und dann passiert eben mal was kosmisches und das war es, dann jeder Mensch muss sterben, jede Menschheit muss sterben. So, das wäre diese dritte These. Die vierte ist, vielleicht sind die tatsächlich ringsum und wir sehen die nur nicht oder sie halten uns in einem Zoo und beobachten uns und ich kann mir nicht vorstellen, dass das für richtige außerirdische Exzentriker so wahnsinnig spannend ist, was die Menschen hier machen, da lässt man sich eher graue Haare wachsen oder was die Außerirdischen dann haben, wenn man hier runter schaut, also aber könnte man noch als Hypothese bringen. In Wahr, Philosophen, also in Oxford gibt es da ein Institut, für Langfristgefahren der Menschheit und da ist ein Schwede, der da hingegangen ist, Nick Bostrom heißt es, der sagt, ja, also eigentlich müssen wir Schluss folgern. Wenn wir jetzt überall Lebensspuren entdecken würden im Universum, aber keine Intelligenzspuren, dann ist das eigentlich eine sehr negative Aussage zu Intelligenz, dann heißt es nämlich, intelligente Wesen werden systematisch ausgelöscht, sei es, sie übernehmen die Aufgabe selbst oder ihr Zentralstern oder irgendeine andere kosmische Katastrophe macht sie platt. Das heißt, eigentlich, je mehr Leben wir im Kosmos entdecken, desto unwahrscheinlicher ist es, dass wir selbst als vernünftig gabte Wesen auf so einem Planeten lange überleben und hier rauskommen, also wir sehen ja keine, die rausgekommen sind. Das nur als eine extreme Interpretationsmöglichkeit. Also freuen wir uns nicht zu sehr, wenn die Spezialisten uns sagen, ach, wir haben da wieder eine Aminmosäure auf dem Prometen sowieso feststellen können oder Biomoleküle dieser und jener Art dort und dort. Vielleicht ist es gar nicht so günstig. So, das nur um mal ein kritisches Wort einzuwerfen, wie gesagt, oder was ich noch nicht gesagt habe, man soll Zukunftsforschern nie alles glauben. Also die sind zwar oft von vielem überzeugt, aber es muss nicht unbedingt stimmen. Insofern immer mit einer gehörigen Skepsis rangehen. Skepsis auch deswegen, weil immer Vorannahmen dahinter stecken. Wonach suchen wir denn eigentlich? Wenn man sich das anschaut, wie die Pioniere von C, die Kommunikation mit Außerirdischen rangegangen sind, oh wow, da hätte man fast sagen können, die suchen nach Intelligenz und das hörte sich dann so an, als ob die nach Außerirdischen Partnern zum Schachspielen suchen. Intelligenz Schachspiel ist ja da die höchste Fähigkeit, suchen wir nach Schachspielpartnern oder wonach suchen wir? So, später ist CETI draus geworden nach den Enttäuschungen, dass man eben nicht so schnell was gefunden hat, dass man versucht da abzuhören, ja vielleicht kommunizieren die ja untereinander, also die Außerirdischen, die geben uns keine Signale, was interessiert sie dieser ferne exzentrische Planet Erde, sondern die vielleicht fliegen da riesen Raumschiffe hin und her, die miteinander im Funkverkehr oder ähnlichem stehen, das könnte man ja abfangen, also solche kosmischen Wunder, irgendwelche beliebigen Indizien, wenn man das versucht in eine nüchternere wissenschaftsähnliche Sprache zu bringen, könnte man sagen, wir suchen nach No-Oh-Signaturen, also nach Indizien für Geist im Weltall, egal wie diese Signaturen auch beschaffen sein müssen. Ich habe mal mit dem Harald Desch, da hatten wir eine Podiumsdiskussion, da ging es darum, ja eigentlich, wir müssten ja hören, wenn die untereinander Funkverkehr haben, die Außerirdischen, da würden wir ja sehen, da habe ich zu ihm gesagt, nein, die haben das ja alles gut verschlüsselt, die machen das wie wir mit dem Mobilfunk und so weiter, die werden ja nicht sozusagen offen ihre Signale und wenn es richtig gut komprimiert ist, kann man es von Rauschen nicht mehr unterscheiden, also wenn die eine hohe Entwicklungsstufe erreicht haben, dann kriegen wir ihre Signale nicht mit, aber okay, das ist auch nur so ein kleiner Nebengedanke. Ja, wonach suchen wir? Und da könnte man jetzt überlegen, welche Annahmen denn überhaupt in dieser Außerirdischen Intelligenz in unsere Vorstellung davon einstehen. Wir sagen, wir nehmen an, die sind Ergebnis von Evolution. Irgendwo hat sich Leben entwickelt und dann eben Außerirdische, nicht anders, wie auch anders. Die werden natürlich Werkzeug gebrauchen, Technik machen, auch klar, sonst könnte man sie ja auch überhaupt nicht mehr. Sie sind eine Zivilisation, wir nehmen an, es sind außerirdische Zivilisation, das heißt, wir nehmen an, das sind die Menschen, soziale Wesen, die miteinander kooperieren und sich ab und zu die Köpfe einschlagen und ähnliches. Also Zivilisation, sie müssen kommunikationsfähig sein, Kommunikationsfähigkeit gehört zu einer Zivilisation, zu sozialen Wesen, Gemeinschaften dazu, also wir suchen dort praktisch nach Gesellschaften, Kommunikation erzeugt Denkvermögen, wir suchen nach Wesen, die denken können und nicht nur aus irgendwelchen, sagen wir, Instinkten heraus gigantische außerirdische Artefakte entwickeln, also man könnte sich ja so eine Art Exo-Ameisen vorstellen, die selbst nicht denken können und dann aber entsprechend groß sind und Planeten in kleine Stücke zerlegen und dann wieder anders zusammenbasteln um da irgendwelche Ameisenhäufen dann in der Galaxis anzusiedeln. Vielleicht würden wir das dann als nur Signal aufnehmen, da ist so ein tolles Konstrukt und wir würden gar nicht mitkriegen, da ist eigentlich gar kein Exzentriker dahinter, sondern bloß galaktische Tiere, die sowas gemacht haben, also wäre ja auch eine Möglichkeit. Dann nehmen wir eben an, dass die individuelles Bewusstsein haben, das heißt, dass diese außerirdischen Individuen zerfallen, brauchen wir ja für eine Gesellschaft überhaupt, und dass die individuelles Bewusstsein haben und sich selbst bewusst sind, dass sie in der Zeit verankert sind. Also hier komme ich auf alles zurück, was Herr Hümmel gesagt hat, das heißt, unsere Kernannahmen über die Außerirdischen sind eigentlich Kerneigenschaften des Menschen, so wie er sich selbst sieht und halb hinterfragt oder nicht hinterfragt. Und da könnte man noch sagen, um noch weitere Vorannahme zu bringen, zu DDR-Zeiten, ich sage immer, Brüder, also die Brüder im All, danach hat man gesucht. Dann könnte man sagen, dass man zu dieser Zeit praktisch nach den außerirdischen Arbeitern gesucht hat. Das sollten ja die, Carsten kann mir das sicherlich bestätigen, das sollen ja dann also hochentwickelte kommunistische Gesellschaften sein, also Arbeiter im Weltall. Also unser Bild von Intelligenzwesen im Weltall wird ganz sehr von unserer Gesellschaft bestimmt und Carsten Kruschel wird dann sicher noch mehr dazu erzählen können. Gut, was kann ein Zukunftsforscher mit sowas anfangen? Er kann versuchen, eben diese Vorannahmen etwas aufzudröseln und zu entschlüsseln. Dafür gibt es eine Methode, ist ein bisschen hoch gesagt, also die ein Shohai Inyatula entwickelt hat, das ist ein Forscher von der Tam Kang University auf Taiwan und international bekannter Zukunftsforscher, er hat es Causal Layered Analysis genannt, das soll uns erlauben Vorannahmen aufzudecken und er hat da vier Ebenen angegeben, das ist eins die Litanei, das ist das, was man immer sagt, worüber man spricht, was dann auch in den Medien ist, dann die Systemebene, wo man die Verknüpfungen und Vernetzungen angibt, hinter dieser Systemebene liegen noch die der Weltsichten und dahinter noch ganz tief so eine Ebene der Mythen und Metaphern und ich habe das nicht gleich für die außerirdischen Intelligenzen, habe ich mich nicht rangewarten, muss ich gestehen, sondern für Aminosäuren auf Kometen mal gemacht, wenn wir uns freuen, dass da wieder was entdeckt worden ist, großes Biomolekül auf Kometen sowieso, ja, das ist die Litanei, das ist das sozusagen, was durch die Medien geht, wenn man das auftröselt, steht natürlich dahinter, Aminosäuren sind ganz wichtig für den Stoffwechsel, sind ein Grundbaustein des Lebens, wie wir es auf der Erde kennen, so sind eins der Grundbestandteile und das nächste wäre dann die Weltsicht, die dahinter steht, die sagt, ja, Leben besteht aus Biomolekülen, alle Lebewesen besitzen eine molekulare Struktur und sind aus den, ob das stimmt, also wenn ich an meine außerirdischen Termiten da denke, die sind vielleicht ganz anders strukturiert, nicht Biomoleküle, sondern Kristallin oder sonst was, also sozusagen kein Leben ohne Biomoleküle, das wäre sozusagen die Weltsicht, die dahinter steht und dann könnte man noch sagen, ja, wir haben auch so eine metaphorisch-mythische Ebene, wir sind alle Sternenstaub, denn diese Moleküle, das heißt, die Elemente, aus denen die Moleküle aufgebaut sind, die sind alle durch Sternenexplosionen vor langer, langer Zeit entstanden, so sind wir alle im Kosmos, alle Intelligenzwissen im Kosmos Sternenstaub, also so kann man das auftröseln, so würde man das als Zukunftsforscher auftröseln, nutzt in Projekten wenig, also wenn ich das in einem Projekt für Unternehmen mache und versuche denen klarzumachen, was sie für eine Mythologie mit dem Wachstum dahinter haben und so, naja, das hören sie sich an und dann haben sie es vergessen, also vielleicht geht es von Sie ja ähnlich, also man muss vorsichtig sein, aber man kann natürlich schauen, was die Science Fiction da bietet, welche Arten von fremdartlichen Intelligenzwesen sie uns anbietet, ich habe hier nur zwei Buchtitel reingebracht, man kann da noch ein bisschen weitergehen und kann da schauen, so Werke einige wenige davon nehmen und da gibt es ganz fremdartig Wesen darunter, also Olive Stabletons Roman Die letzten und die ersten Menschen ist immer noch da ganz aussagekräftig, weil er von der Evolution her versucht hat, sich Intelligenzwesen mit ganz anderen Ausstattungen an Sinnesorganen und ähnlichen vorzustellen, die sich meistens aus der Menschheit selbst entwickelt haben, ein bisschen dann mit den Marseanern zusammen oder Fred Hoyle, die schwarze Wolke, eine vernunftbegabte denkende, kosmische Wolke, die ins Sonnensystem eindringt und der Erde beinahe das Licht nimmt, dann habe ich vergessen hier hinzuschreiben A4 Andromeda, wo dann kommuniziert, da erhält man ein Signal von Außerirdischen, dass den Menschen, den Forschern es erlaubt, das in Biomoleküle umzusetzen und dann einen Menschen draus zu bauen, natürlich eine schöne Frau, wie sich das gehört. Oder Stanislaw Lem, Solaris mit dem vernunftbegabten Ozean, wieder findet dann hier die Kommunikation durch ein menschenähnliches Wesen statt, also hier Kommunikation mit Menschen, durch Menschen scheint so ein Prinzip zu sein, was sich auch durch die Science Fiction mit durchzieht, oder im Unbesiegbaren, da hat er eine Nekrosphäre, da hat er totes Leben, da hat er sozusagen Mikroroboter, die mit verteilter Intelligenz arbeiten und sich zu riesigen Roboterholgen zusammenschließen können, um höhere geistige Lösungen zu bringen. Oder ein anderes Modell haben wir bei den Borgs in Star Trek. Ein ungarischer Autor, der hat mal ein Buch geschrieben mit dem Titel »Das Mars-Gehirn denkt anders« und er wollte darauf hinweisen, dass wir nicht unbedingt voraussetzen müssen, wenn wir denn mit Außerirdischen, hier ist ein uralter, toter Martianer, dessen Geist in einen Menschen übertragen wird und so, also, dass wir nicht unbedingt voraussetzen müssen, dass die genauso denken, wie wir, genauso die Welt sehen, wie wir, sondern dass die in einer Weise fremdartig sein können, wie wir es uns nicht mal von Salafisten vorstellen können. Also, das ist absolut andere. Gut, und nun sind wir glücklicherweise in einer Zeit, wo wir selbst anfangen, Aliens herzustellen. Ich meine damit künstliche Intelligenzen, wenn wir uns schon diesen Intelligenzbegriff so zentral vornehmen, was sicherlich nicht ganz günstig ist, heute werden Systeme auf der Basis von Big Data gebaut und mit Deep Learning Algorithmen, die dann aus allen möglichen Daten über uns, von uns oder sonst was für Daten Dinge herausdestillieren und so ganz überraschenden Ergebnissen oft kommen. Es wird schon im Marketing und so weiter eingesetzt und oft ist es so, dass so ein System irgendwelche Aussagen liefert, inzwischen ist man so weit, wo man nicht weiß, stimmt das oder stimmt das nicht. Und man kann es nicht nachverfolgen, weil das System inzwischen so komplex geworden ist, dass man die einzelnen Schritte, die dahinter stehen, einfach nicht alle nachvollziehen kann, zumindest nicht in einem normalen menschlichen Leben. Das heißt, die funktionieren inzwischen zum Teil schon wie künstliche Orakel. Also so weit sind wir inzwischen mit der Menschheit. Wir leben vielleicht partiell schon mit solchen außerirdischen Aliens zusammen, haben es nur noch nicht richtig begriffen. Also auch künstliche Intelligenz ist eine nichtmenschliche Intelligenz. Das Bild hier übrigens, das ist von so einer Intelligenz mal gezeichnet worden, all digital gezeichnet, ohne Pinsel natürlich, und der hat man einfach Bilder als Vorgabe gegeben und sollte das die Bilder nicht klassifizieren, was normalerweise gemacht wird, sondern durch Deep Learning Grundstrukturen erkennen und dann wurde es auf Inverse geschaltet, dass er selbst Bilder produziert hat und da sind so wunderschöne psychedelische Gemälde herausgekommen dabei. Also ich vermute, dass noch sehr viel Unsinn, Quatsch, ästhetisch, unansprechendes Kuddelmuddel rausgekommen ist, was dann die Forscher, die das gemacht haben, unterdrückt haben, hätte ein schlechtes Licht auf ihre künstliche Intelligenz geworfen, aber wenigstens ab und zu sind die zu solchen Leistungen schon fähig. So, also, wir malen uns ein Zwischenfazit unter Außerirdischen ganz häufig auch Zukunftsbilder für die Menschheit aus. Vorannahmen über die Außerirdischen zu machen, ist eigentlich unvermeidbar, auch das Fermi-Paradox, dass wir eben keine sehen und so beruht auf den Vorannahmen. Und leider die beiden Kollegen, die hier nicht sind, der Andreas Anton und der Herr Professor Schätsche, die haben das mal so formuliert, dass sie gesagt haben, ja, die SETI-Forscher suchten und suchen vielfach bis heute immer nur nach uns, nach sich selbst, nach uns selbst. Also wir schauen im Weltall, ob wir unseresgleichen eben Brüder und Schwestern im Kosmos finden. So, noch ein bisschen jetzt kurz eher zum Abschluss auf ein paar eher zukunftsforscherische Bemerkungen dazu. Die Forschung nach außerirdischer Intelligenz hat einiges mit der Zukunftsforschung gemein. Und die Zukunft existiert noch nicht, die Außerirdischen wissen wir nicht, ob sie existiert. Bei der Zukunft wissen wir, wir kriegen eine, wir wissen nicht welche, das ist natürlich bei den Außerirdischen offen. Wir können mit den Außerirdischen so wenig experimentieren, wie mit der Zukunft, bei der Zukunft haben wir die Barrierezeit, bei den Außerirdischen die Barriere rauben. Wenn es dies gibt, sind sie verdammt weit weg. Wir suchen nach Zukunftsspuren als Zukunftsforscher und genauso wird nach diesen No-Signaturen, nach den Anzeichen, kosmischen Indizien gesucht. Also Experimente unmöglich. In der Zukunftsforschung reden wir des Informationen, die wir da bekommen, diese Zukunftsspuren oft schwache Signale sind. Signale nicht im eigentlichen technischen Wort gebraucht, deswegen habe ich hier nur metaphorisch herangeschrieben. Genauso, es könnte so vielleicht sogar echte Signale von Außerirdischen sein und unsere Erkenntnisbasis sind Konjekturen. Zu dem Begriff komme ich gleich noch, die wir mitunter noch bevor das Ereignis eingetreten ist auch wiederlegen können, wie in der Zukunftsforschung manche Aussagen widerlegt werden, bevor denn das Ereignis über das Ausgesagte eintreten. Konjektur ist begründete Spekulation. Die hat einer der Vordenker der Zukunftsforscher, der Franzose Bertrand de Juvenel hat den Begriff aufgebaut und er hat gesagt, wir unterscheiden uns von den Propheten dadurch, dass das, was wir über die Zukunftsforschung nachvollziehbar sein kann, also transparent sein muss. Andere können unsere Gedanken nachverfolgen. Das bedeutet, dass wir sie eben begründen mit relevanten Informationen und ableiten mit Hilfe von Gesetzen beziehungsweise Erfahrungen. Und damit ist das, was wir über die Zukunftsforschung aussagen, abhängig von Bedingungen, nämlich dem, was wir an Informationen und Gesetzen reingesteckt haben. Und so ein ganz bisschen könnte man natürlich auch vorstellen, dass das Konjekturen sind, die wir über Außerirdische machen, wo wir also Annahmen hineinstecken, die man überprüfen kann und wo wir auch empirische Fakten hineinstecken, eben die Verbreitung der Biomoleküle und so weiter im Weltall und dass wir dann Argumente aufbauen, wie die aussehen, beziehungsweise wie sie sich verhalten, also die wir auch rechtfertigen können. Und diese Rechtfertigungen können im Einzelfall auch widerlegt werden. Also es dreht sich um die Fakten, um die Theorien und um die rein hypothetischen Annahmen und wie wir damit umgehen und was dabei vernachlässigt werden. Also das ist das eine, was ich aus Richtung Zukunftsforschung beitragen kann. Das andere ist dieses ominöse Wort von den schwachen Signalen. Das stammt von einem Management-Guru, der das schon in den 80er Jahren gesagt hat, dass er sagt, man bekommt dauernd im Unternehmensumfeld, das war an Unternehmen gedacht, bekommt man dauernd irgendwelche Signale, die Konsumenten verhalten sich so, der Regulator, der Staat macht das, die Wettbewerber machen das und wir müssen gucken, was ist wichtig und können das interpretieren und er hat dann noch von Filtern geredet, muss ich nicht darauf eingehen. In der Forschung nach Außerirdischen haben wir dauernd schwache Signale. Wir bekommen ständig irgendwelche kleineren und größeren Wow-Signale vor, wie dieses berühmte Signal, jetzt weiß ich gar nicht von wann das ist, also schon vier Jahrzehnte her, wo der Einforscher gesagt hat, wir haben hier ein starkes Signal aufgefangen, das von seiner Struktur her darauf hinteuten könnte, kam bloß nie wieder und wurde dann interpretiert. Also er hatte Messdaten, die dann durch die Interpretation erst mal zu einem Signal wurden und damit zu einem Hinweis auf Außerirdische. Oder was sehr schön, was Bernd Pröschold letztes Jahr hier vorgetragen hat und was mich ganz wahnsinnig beeindruckt hat, in Hessdalen, in Norwegen, da gibt es ab und zu Lichterscheinungen, Earthlights, wie man vornehm dazu sagt, die man mit Mutwillen als Außerirdische interpretieren kann, also sozusagen sowas UFO-ähnliches, wo man heute sagt, naja, vielleicht wirkt das ganze Tal wie eine große Batterie und dann gibt es so eine Art Kugelblitze, also alles sehr, sehr ungewiss, was darüber ausgesagt wird, aber erst die Interpretation macht daraus einen Hinweis auf Außerirdische oder Unterirdische oder Unirdische oder irgendwie andere Exzentrizitäten dort. Also das Problem bei solchen Signalen ist, wo soll man hinschauen, wie kann man einen viel zu engen Horizont überwinden, schauen wir in die richtige Richtung, es war vielleicht nicht gut, dass über Jahrzehnte hinweg man vor allen Dingen nach Radiosignalen gesucht hat, war natürlich naheliegend, Menschheit hatte damals gerade Radio, den Funk, Fernsehen und so weiter erfunden und hat gedacht, da müssen die Außerirdischen das auch haben, also schau hier nach diesem besten Kommunikationsmittel, das es überhaupt gibt, nach Funk, klar war, und hat darüber ein bisschen die lichtastronomische Untersuchung vernachlässigt, erst in den letzten 10, 12 Jahren ist man dann dazu gekommen, die Exoplaneten so zu entdecken, also einerseits zu enger Horizont, dann welche Filter sind angemessen, wie unterscheidet man die Menge des Rauschens der Informationen, die reinkommt von den wirklich relevanten Informationen, und wenn man das ganz systematisch macht, ja vielleicht schließt man dadurch die interessantesten Sachen aus, also bei Radioastronomie ist es ganz klar, wenn man einen bestimmten Raster vorgeht, kann was durch das Raster durchfallen, aber ohne Raster kann man nicht vorgehen, so und dann ist natürlich eine Frage, wie kriegt man so ein Ergebnis vermittelt, und aus der Zukunftsforschung weiß ich, dass es immer zu viele und nie genug schwache Signale gibt, und dass man sich mit diesen drei S zu jonglieren hat, also Sensitivität, wir müssen sozusagen ein Empfangsinstrumentarium aufbauen, das möglichst viele Signale einfängt, aber auch nicht zu viele, sonst ersaufen wir darin, und das selektiv ist, aber nicht zu selektiv, sonst schließen wir die Interessantesten aus und wir müssen auch ein bisschen Serendipity zulassen, Serendipity ist die Kunst, das zu finden, was man nicht sucht, also was am Wege liegt, was einem bloß so mal zufällig auffällt, womit man nicht eigentlich geforscht hat, ist natürlich ganz schwierig, denn das steht nie im Projektantrag, das kriegt man nicht finanziert und so weiter, die normale Situation, nur kann man sagen, gerade bei diesem Suchen nach Dingen, die wir nicht kennen, da haben wir immer blinde Flecken und ein Kybernetiker Heinz von Förster hat mal gesagt, der Beobachter sieht nicht, dass er nicht sieht, was er nicht sieht, also wenn man den blinden Fleck hat, wie wir den blinden Fleck im Zentrum des Auges haben, den sehen wir nicht und das kann man dann im Sinne von Tabus interpretieren und ich sage das, wenn ich da so Zukunftsforschungsprojekte mache oder meinen Zukunftsforschungsstudenten sage ich, da gibt es unterschiedliche Niveaus von blinden Flecken oder Tabus, erstens Sachen politisch nicht korrekt, reden wir lieber nicht drüber, wissen wir, aber das gibt es, dann welche, die wir gründlich verdrängt haben, radikal veränderte Gesellschaftsordnung, Machtfragen und ähnliche Sachen, Themen, die weit außerhalb der politischen Korrektheit, dann das Unvorstellbare, das sage ich meinen Studenten, einige von Ihnen sind Christen, im Glaubensbekenntnis sagen Sie, dass Sie die Wiederkunft Christi erwarten, wann, so und als Zukunftsforscher, so und dann können wir natürlich darüber diskutieren und ich kann sagen, ich habe ein wissenschaftliches Weltbild, bin Atheist und insofern würde ich sagen, er kommt nicht wieder und wäre natürlich dann wahnsinnig überrascht, wenn der Messias doch zum zweiten Mal oder für die Juden zum ersten Mal hier auftreten würde, also das wäre eine Idee, die außerhalb meines normalen Vorstellungsrahmens liegt, aber bei anderen Menschen nicht außerhalb des Rahmens und dann gibt es Sachen, über die wir gar nicht reden können, weil wir keine Wörter dafür haben und das ist das meiste Zeug, was die außerirdischen Kulturen so anbieten, die haben ihre eigenen Semantiken, ihre eigenen Vorstellungswelten und um Gottes Willen, wie können wir das verstehen, das müssen wir erst ins Irdische übersetzen, aber wie können wir das übersetzen, weil wir es gar nicht erst verstehen und die total anders sind, also ganz schwierig. So, jetzt komme ich zum Schluss, kleines Fazit, es gibt in der Zukunftsforschung noch Wildcards-Ereignisse wie aus blauem Himmel überraschende Störereignisse, Angela und ich haben da sogar ein Buch drüber geschrieben, die eine ganz geringe Wahrscheinlichkeit haben, aber eine enorme Wirkung und wir haben mal für die, in dem Buch auch, aber wir haben mal für die EU vor inzwischen auch schon einigen Jahren, haben wir mal eine Datenbank von Wildcards aufgebaut und ein Wildcard dabei war der Erstkontakt mit außerirdischer Intelligenz, also genau das, was der Herr Gerritzen in seinem wunderschönen und hier auch sehr zu empfehlenden Buch Erstkontakt beschrieben hat und nun kann man sich überlegen, unterschiedliche Stufen, wie der Herr Gerritzen das macht, das habe ich hier noch nicht so richtig eingebaut, also man entdeckt ein kosmisches Wunder, irgendwo JWD draußen im Universum oder man empfängt Kommunikation oder man hat Außerirdische im Sonnensystem, stellt fest, im Kulvergürtel, da haben die irgendwelche Sonden hinterlassen oder nächste Stufe, ja man hat was zwischen Erde und Mond, also sozusagen in unserem eigenen Vorhof und da sagt Gerritzen, da wird es gefährlich, dann kriegen wir Panik und dann fangen wir an Unsinn zu machen oder die landen hier, also man kann unterschiedliche Kontaktszenarien entwickeln, wir haben dann lediglich der Europäischen Kommission vorgeschlagen, sie sollen ein bisschen mehr Forschung auf dem Gebiet machen, haben sich nicht gerührt, haben sich auch bei unseren anderen Vorschlägen nicht gerührt, aber sie haben es immerhin wahrgenommen und publiziert und ich habe ihnen die Adresse angegeben, also wer das abrufen kann und in seine Bibliothek über Außerirdische da und was man alles mit ihnen nicht macht, aufnehmen will, der kann es da finden, so und nur ganz zum Abschluss, wir haben eine gewisse Entwicklung in der Forschung über Außerirdische Intelligenz, die verrückterweise ein bisschen ähnlich ist der Entwicklung in der Zukunftsforschung, wir hatten in den 60er Jahren, da hatten wir in der Zukunftsforschung eine prognostische Orientierung, wir glaubten, wir können die Zukunft gut vorhersagen und damals hat man geglaubt, man kann bald Kontakt mit Außerirdischen kriegen, wir brauchen nur hinreichend viel herumzufunken, dann kam eine gewisse Ernüchterung und man hat gesagt, wir bauen Szenarien und das ist eigentlich so das Stadium, wo wir jetzt sind, wir suchen nach außerirdischen Intelligenz, nach diesen ja kosmischen Wundern, oder so und ja, suchen nach diesen Hinweisen. In der Technikfolgenabschätzung, da sagt Armin Grunwald, das ist der Chef vom Technikfolgenabschätzungsbüro des Deutschen Bundestags, der sagt, also früher konnten wir ziemlich viel vorhersagen, das soll da unten diese, wieder so mit Pfeil und so, soll das andeuten, früher, da hatten wir Grün, da hatten wir so einen engen Raum, Zukunftsraum, konnten wir Prognosen machen, dann ist es blau geworden, ein weiterer Raum, in dem wir dann verschiedene Szenarien zu Technologien entwickelt hat und dann sagt er, heute, wenn ich vor dem Bundestag stehe und denen was berichten soll, ja da kann ich Ihnen nur sagen, Technik entwickelt sich so schnell, da weiß man fast gar nichts mehr, da kann man nur noch drüber nachdenken, welche Leitbilder wir haben und wer heute wie über Technik diskutiert und er nennt es hermeneutische, also so eine auf Interpretation und verständnisorientierte Diskussion und vielleicht sind wir in der Forschung über außerirdische Wesen dann genauso weit im Moment, dass wir da eine Art anthropologische Wende haben, dass wir darüber nachdenken, was legen wir selbst in die hinein, was sind unsere Vorannahmen, wonach suchen wir überhaupt, was können sinnvollerweise No-Signaturen sein, was sind unsere blinden Flecken und was zum Teufel machen wir überhaupt, wenn die mal hier landen sollten. So und nur ein Zitat zum Schluss, das bezog sich auf die Futurologie und die Anthropologie und stammt zu einem Theologen, der hat mal gesagt, aus seinem Zukunftsbild erkennst du den Menschen und wiederum aus dem Menschenbild seine Zukunft. Anthropologie und Futurologie sind offensichtlich unmittelbar voneinander abhängig und beeinflussen sich gegenseitig. Also die Außerirdischen sind wie die Zukunft eine Projektionsfläche für unsere Hoffnungen und Befürchtungen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Herr Dr. Steinmüller, ganz herzlichen Dank für diesen rasanten Flug durch einige der Kernfragen unseres Themas. Haben Sie Rückfragen? Ich bringe Ihnen mal das Mikro hoch. Danke. Also Zukunftsforschung ist die Überschrift, aber es geht gleichzeitig um die Suche nach Außerirdischen. Und ich verstehe nicht, warum man in einer solchen Betrachtung eben nicht auch mal zurückblickt, auch wenn es um die Zukunft geht. Ich will an denjenigen erinnern, von dem vieles gar nicht diskutiert werden braucht, ohne Zweifel. Aber es gibt einzelne Sachen, wie seinen Hinweis auf die Abraham-Apokalypse, wo verschiedene Naturgesetze nachvollziehbar sind, die damals nicht gekannt wurden. Er beschreibt also, wie er auf einer Raumstation ist, die sich zur Erzeugung künstlicher Schwerkraft um sich selbst dreht. Er beschreibt, wie er im Himmel mal die Erde unter sich sieht und mal die Sterne. Und dass man sowas völlig ignoriert, das ist für mich unverständlich. Es gibt noch viel mehr alte Texte, meiner Ansicht nach beschreibt Platon im Timaios die selbe Raumstation. Er selbst hat es als Weltseele empfunden und heutzutage sprechen die Philosophen ihm nach und schreiben von der Weltseele. Aber warum nimmt kein Physiker mal diese Texte und überprüft sie mal? Kann das nicht mal in einer Forschung gemacht werden, dass einfach mal die Naturgesetze in diesen alten Texten betrachtet werden? Also, wenn ich im Forschungsministerium wäre, würde ich keinen Cent an Physiker geben, um diese Texte zu untersuchen, sondern würde das Geld an Textforscher, an Historiker geben, an Leute, die sich damit auskennen, wie damals gedacht und geschrieben worden ist. Denn was Sie schildern, ist wunderbar. Es ist auch wirklich, also ich kenne den nicht sogar persönlich, also insofern, ich wollte nur nicht zu viel Geschichte hier reinbringen. Es gibt noch tausenderlei andere Sachen. Es ist ein wundervolles Beispiel für mich, für meine These, wie wir in entweder die Geografie des Mars oder eben in alte Texte unsere heutigen Vorstellungen hinein interpretieren. Dass wir tatsächlich da nichts herausholen, was wir nicht selbst mit einem bestimmten technischen Vorwissen hineinstecken würden. Und wenn man sich das anschaut, wie das im Verlauf der letzten 200 Jahre geschehen ist, dann hat man jeweils, so von einigen Leuten her, Charles Ford dann in den USA und noch viele, viele andere, hat man sich solche Beispiele genommen aus klassischen Texten und hat die aus der heutigen Technik heraus interpretiert. Also vor 100 Jahren hat man in den Texten noch keine Computer gelesen, heute liest man da Computer heraus und ähnliches. Also insofern ist das eine klasse Möglichkeit, um unsere Projektionsfähigkeiten zu untersuchen, sagt aber nichts über Außerirdische aus. So, also ist meine Überzeugung, Sie können da eine andere Überzeugung haben und es lohnt sich sicherlich da auch bei manchen Sachen näher hinzuschauen, nur es hat sich immer wieder das aufgelöst, so wie das Marsgesicht. Und vielleicht bin ich auch einfach zu oft enttäuscht worden von solchen Sachen, von großartigen Vorstellungen, Nazarebene und sonst was alles, was es alles gab. Oder israelische Forscher, die haben die Bibel analysiert und zwar einen hebräischen Urtext, sind da mit Zeichenerkennungssoftware drüber gegangen, die so in bestimmten Abständen dann geguckt haben, ob sich dann Wörter ergeben, wenn man jedes fünfte oder jedes siebte Zeichen und so nimmt und haben unter anderem vorhergesagt, nein, nachhergesagt, dass Rabbin ermordet wird und solche Sachen. Die haben die nachträglich, haben die das gefunden. Sie haben nicht eine einzige Sache drin gefunden, die dann später geschehen ist. Da mussten Sie später nachgucken. Also und genauso wie Nostradamus. Also wir sind umzingelt von solchen Projektionen und deswegen bin ich so allergisch da wegen, sorry. Aber es ist gut, dass Sie das Thema aufgebracht haben. Und Sie dürfen Zukunftsforschern nicht alles glauben, auch völlig richtig. Wenn Sie eine Rückfrage noch mal haben, bitte kurz fassen. Eine Ergänzung nur noch. Ich habe den Fokus auf die Naturgesetze gelegt und ob Sie jetzt von Computern sprechen oder wie man die Bibel interpretieren kann, ist was anderes. Zukunftsnaturgesetze sind nach unserer Auffassung, so habe ich es im Studium gelernt vor 45 Jahren und ich bin heute noch der Überzeugung, sie sind unveränderlich. Und wenn ich in alten Texten derartige Naturgesetze finde, dann bin ich schon der Meinung, sollte man das prüfen. Wenn Sie jetzt sagen, ich gebe denen kein Geld, den Physikern, um das mal zu lesen, sondern das sollen Textkritiker machen, dann frage ich Sie, ob die wirklich das erkennen können, wenn dort die künstliche Schwerkraft simuliert wird mit diesen Beschreibungen. Können die das? Also ich nehme ein Beispiel dafür, einfach weil das alle kennen. Moses teilt das Rote Meer. Er hebt da ein Naturgesetz auf, es könnte durch künstliche Schwerkraft sein, dass er das so teilt und zu den Seiten schiebt. Das steht in der Bibel drin, das ist sehr explizit beschrieben, wie er das macht. Heißt das, dass Moses da künstliche Schwerkraft oder sowas, nein, da schaue ich wirklich lieber, was mir die Bibelexegeten dazu sagen, dass sie aus der Zeit heraus interpretieren, was dort vielleicht wirklich geschehen ist, dass es sich um Sumpfland handelte, dass der Pfarrer auch mit seinen schweren Wagen nicht drüber gekommen ist, aber die leichtfüßigen fliehen Hebräer. Also da sehe ich lieber zu so einer historischen Interpretation, als dass ich sage, ja, der hat von Gott an die Schwerkraft gekriegt. Also deswegen. Aber ich meine, man kann viel untersuchen und mit Sicherheit wird zu wenig untersucht, da gebe ich Ihnen gern recht. Gibt es noch Fragen, abseits von der Thematik Paleo, Seti und dergleichenden? Vielen Dank. Ich darf vielleicht daran erinnern, dass wir wahrscheinlich 99 Prozent aller Außerirdischen weder als solche noch als irgendwelche Lebewesen anderer Art erkennen würden. Und im Übrigen möchte ich darauf hinweisen, wenn die meisten hier im Saal von Naturgesetzen sprechen, ist es etwas völlig anderes, als wenn ein Physiker von Naturgesetzen spricht. Vielen Dank. Stimme ich voll zu. Danke. Vielleicht sind Sie sogar unter uns. Gibt es auch schöne Science-Fiction drüber. Ich würde mich interessieren, inwieweit die Zukunftsforschung dabei ist, die Zukunftsforschung zu erforschen. Also sich selber darauf hin zu überwunden, ob denn meine Voraussagen von vor zehn Jahren irgendetwas getaucht haben oder nicht. Ich erinnere mich an dein Buch von Matthias Forst, das ist Mitte der 90er erschienen. Es kam völlig ohne dasselbe Internet raus. Die Voraussagen klingen heute alle sehr merkwürdig, die er da macht. Vielen Dank, Carsten Großel. Zukunftsforschung machen dann. Selten, aber Sie machen ab und zu, Sie schauen zurück. Wo hat es getaucht? Sehr gut, dass du auch nicht gesagt hast, ob die Prognosen richtig waren, sondern ob sie was getaucht haben. Haben Sie, wenn Sie eine richtige Orientierung gegeben haben. Und Matthias Forst wird von den meisten meiner Kollegen richtiggehend gehasst. Ich duze ihn. Wenn es keine Fragen mehr gibt, habe ich selber noch eine Frage. Und zwar hatten Sie gesagt, dass Forschung in dem Moment problematisch wird, wo wir irgendwelche Signale bekommen, Stichwort Wow-Signal oder Stichwort Hessdalen oder Stichwort andere Dinge, Transient Lunar Phenomena. Und dann verlaufen wir uns irgendwo im Reich der Interpretation. Das kann man so und so sehen. Ist das der Punkt, wo die Forschung aufhört und wir sagen, okay, können wir nichts mehr zu sagen, wir sind raus aus der Nummer. Oder ist das ein Punkt, mit dem sich Forschung beschäftigen sollte, eben verschiedene Interpretationsmöglichkeiten solcher Phänomene abzuwägen? Also gerade Hessdalen zeigt, wie wichtig es ist, unterschiedliche Interpretationen nebeneinander zu stellen, zu vergleichen, nochmal ein Stück nachzuforschen, was ja bei Hessdalen nötig wäre. Also, dass man versucht, erstmal den Faktenbestand noch viel besser und umfänglicher zu sichten, was natürlich bei Signal irgendwo aus dem All Phänomenen da sehr schwer möglich ist. Und natürlich auch unterschiedliche Interpretationen zuzulassen und sich darüber zu verständigen, mit welchen Vorannahmen man herangeht. Insofern spreche ich von dieser anthropologischen Wende, dass wir heute sozusagen erwachsen und selbstreflexiv genug sein sollten, um das, was wir über Außerirdische denken, insgesamt kritisch zu sehen und einzelne Signale, einzelne Indizien, die wir nehmen, dann unterschiedlich zu interpretieren und zu hinterfragen, wie wir interpretieren. Das ist das. Also immer einen Schritt noch weiter zurücktreten. Es ist leider, die Situation, in der wir uns befinden, können wir oft nichts anderes machen, weil wir eben nicht experimentieren könnten. Wenn wir richtig experimentieren könnten, könnte man es vielleicht. Also wenn man richtig experimentieren könnte, würden sich manche Hypothesen sehr schnell verflüchtigen, aber leider, das können wir mit den Außerirdischen so wenig wie mit der Zukunft. Was beides für mich so interessant macht. Vielen Dank.